Ja, das was du gesagt hast. Ja, ja, Dingsbums und so. Das was du gesagt hast. Zweimal. Dings und nichtbums. Den Stein wollte ich eigentlich behalten. So, komm mal so lassen. Perfekt. Oh, Pyrrha ist ein super Game, aber Ark ist natürlich nichts mit dem Spiel zu vergleichen, was ganz anderes hier. Ark ist halt Ark. Ark ist Ark, genau. Wallaheim. 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 Okay, Mürchen sind schon mal gesetzt. Okay, die Insel sind doch ein bisschen. Kannst du mir kurz helfen, das Holz von oben runterzuholen? War ich, ja? Was ich da oben gelagert habe? Ähm. The fuck is this? Ich wollte nur gerade ein paar Wege machen. Wo hast du das gelagert? Ich bin hier oben. Ja, wo bist du hier oben? Ja, da wo ich die schon mal geprägt habe. Ich habe hier so ein Wikingerdorf gefunden. Wie es die auch bei uns geht. Nur hier sind wirklich... Sind das Gnome? Kleine Ahnung. Kleine gute Kontrolle. Hier ist eine ganze Traugerfamilie. Und... Es geht Ebenen. Das ist ein neues Gebiet sogar. Das heißt Ebenen. Okay. Ja. Wir haben endlich Komis Familie gefunden. Der verlorene Sohn kehrt so nach Hause zu. Ah... Lass mich... Die Kobolde schreien so richtig schön. Schwarzmetallschrott. Kann man auch nicht. Ein verborgener Branche. Das geht mit zu Fuß schon. Baby, wir haben was Neues zum Testen. Cool. Ja, es fehlt nur eine Fure noch sozusagen. Eine Fure Häusern. Bring ich mit... Wo? Schwanzmetall. Obern Bergwahn. Schwanzmetall? Ja. Okay, das ist definitiv irgendwas Neues. Ist auch nicht Portal. Fähig. Haben wir gerade Kobolde. So gießen sie. Also ich kam gerade nicht drauf, wie die hieß. Schlag das Schwein ab. Ein Sternschwein, Dex. Ja und? Also eventuell liegt hier doch der Sohn dran an der Insel sogar. Hau rein. Weg da rein. Nein, ich habe keine Ausdauer. Wir brauchen ein Sternschweinfleisch. Ein Sternschweinefleisch. Weil da war gerade wirklich so ein Wikingerdorf, wie wir die bei uns auf der Insel auch haben. Diese kaputten. Da standen zwei riesige Lagerfeuer. Und aus einem Haus kamen irgendwie vier oder fünf von diesen Traugern einfach rausgelaufen. Hast du das dann schon gemacht? Oh, gut. Ja, schlecht. Oh, leck. Und? Kommt's? Kommt's? Holz? Ich habe gar nicht zu viel dabei. Ich bin voll. Haben wir fürs nächste Mal noch was zu tun? Die Schwänzchen hier, die ich eingebraten habe, bitte nicht essen, ja? Okay, ich esse. Die sind nämlich für den Gnomen. Wenn eine Schmiede gerade mal leer ist, Grave füllt die man nicht mehr. Die Nixen Schwänze. Die will ich nicht besuchen. Nee, gebraten, warte, Dex. Wenn dann roh für den Heiltrank. Du musst nur losgehen lassen, Dex. Müssen roh sein? Ja. Für den Mähten müssen die roh sein. Ich versuche die Wagen loszulassen, ja. Das geht nicht so leicht. Achso. Will nicht. Gibt's hier was zu arbeiten? Nö, ne? Doch, gibt es. Ja, aber ich will nicht mit dieser Scheiß-Spitzsacke. Hier, es gibt Kupfer, aber nicht mit diesem Schrott hier. Au. Wenigstens was Vernünftiges. Dex, dann geh doch da in das Ding da rein. Lass mich vorbei. Boah, warst du schon drin? Dungeon? Nein, da oben, das. Was ist da oben, das Ding? Wo ich hingucke? Was gibt's denn da? Das Ding halt. Hier sind zu viele Büsche und Wurzeln. Ich geh mal gucken, ich hau mal zu. Jeden zweiten Meter irgendwo hängen. Urine halt. Hallo Gerlach, guten Abend. Hallo, Turm. Ich komme zu dir. Und wenn du nicht hochkommst, Dex, gibt es vielleicht einen Eingang. Wenn du nicht hochkommst, kannst du einfach hochbauen. Von den Skeletto-Boys hier. Komm mal her, runter. Warte, ich mach mal Fackel an. Fackel, es ist immer gut. Ich nehme mal die Axt. Ein bisschen stumpferes. Aufzuschlagen. Okay. Ich bin tot. Warum dies? Troll. Ausdauer, zu viele Wurzeln. Na ja, gut, das kenn ich. Kurz mal einen Snapshot mit dem machen. So eins, zwei. Attacke. Fotoshooting. Wollte ich die. So. Ich wollte mal, bis eine Schmiede leer ist. Heute führe ich das Schwarzmaterial mal rein. Äh, ja. Ja. Diese Scheißwarte. Ja. Wir sind direkt zur Türkante. Bauen wir jetzt hier raus. Bauen wir nicht. Türkante. Oben drüber bei der Tür. Wenn du überladen bist, kommst du nicht mehr durch. Und sonst musst du halt auch schläge gegen drin. Türlampe. Ich komme da nicht dran. Ich habe die Leisern kaputtgerissen. Wie viel Kupfer ist denn fertig geworden? Du kannst eine Smitty herstellen. Das ist fertig geworden. Sehr viel. Ich habe auch noch mal einen Treu getötet auf dem Weg. Dann machen wir es eben anders. Hallo. Hallo Cobra. Ja. Juhu. Ach ne doch. Die Jungs. Da hoch. Die Jungs sind schlecht gelaunt. Also wir machen das mal so. So viel von diesen Kernen haben wir jetzt noch. Holz. Ich komme gleich wieder, Leute. Skelettos meine ich, nicht Leute. Es sind hier keine Leute mehr. Okay. Leute, ich komme gleich wieder. Ich brauche gerade ein bisschen Holz. Ich muss eine Leiter bauen. Ich habe leider die Leiter mit der Axt weggehauen. Es ist unpraktisch. Ja. Um hochzukommen, ja. Ich denke, ich kriege keinen hoch. Das glaubst du. Das weiß ich. Wo war ich denn? Ach, da war ich. Wann denn? Von letzter Nacht noch? Sag gar nichts mehr. War das so schlimm mit mir? Ob das jetzt so schlau ist, hier im Dunkeln durch den Wald zu rennen, um seine Leiche einzusammeln? Hm, ist runtergefallen, ne? Okay, ich muss was essen. Ich komme gleich wieder, Skelettoboy. Ich muss kurz was, äh, ich muss gerade reparieren hier. Okay. Wenn man die Nixen tritt, dann ist das Hälfte Leben weg von dem Vieh. Nix getreten? Ja, so ein Nixentier. Oh ja. Oh, jetzt haben wir noch 50 Zinnerz, dass wir noch schmelzen können. Ich bin gerade am Bronzemachen schon. Damit mal ein bisschen Platz in der Kiste ist. Die Kiste war ja schon voll. Bernstein und Pfeile habe ich bekommen, hier. Wir haben schon fast anderthalb Stack Kupfer haben wir jetzt. Äh, Bronze. Und so viel Zinn. Nochmal vier Bronze. Oh, so viel Zinn, ey. Bisschen blöd, dass du mit dem Zinn nicht großartig was machen kannst. Vielleicht später noch mit, äh, anderem Material zusammenzustellen. Maybe. Was ist da unten los? Was, auf was wartet ihr denn hier? Party oder was? Gibt ja auch, ich habe einen Grab gefunden. Oh yeah. Die ist ja perfekt. Die andere auch. Oder ist die... Oh, die ist noch da. Äh, die fang ich mal beim linken. Aha, hab ich gar nicht reinpackt. Das ist wieder kaputt gemacht. Ich baue die jetzt wieder hier rein. Das ist Schwarzmetall. Hier, ich kann es ja auch. Ich kann es ja mal in der Hand drücken. Da liegt es. Oh, hat es schon aufgelöst. Schwarzmetall. Ein verbogener Brocken Schwarzmetall. Vielleicht gibt es noch eine andere Variante der Schmiede. Yes. Ich habe den Turm gecleared. Nice. Und habe ihn markiert. Wo ist jetzt meine Leuchte? Ich habe dagegen gepinkert. Oh, hier ist die Trollhöhle, glaube ich. Stone, kann das sein, dass die Höhle, die du noch nicht gecleared hast, eine von diesen Grauzwergenhöhle ist, weil hier kommt die ganze... Echt einen besseren Ofen. Eigentlich nur Skelette. Äh, was ich mir vorstellen kann, dass du erst den Posten machen musst. Kamanski. Das zu nutzen. Doch, die erst lernen, wie man das... Okay, das ist der Troll, der fast kaputt ist, aber wo ist mein... Komm nicht. Mein Loot. Oh, hier liegt so viel Scheiße in der Gegend rum. Das will ich alles nicht aufsammeln. So, beim linken Schmelzofen ist jetzt, ähm, 10 wieder drin. Jetzt reicht es. Ich weiß, dass ich den Baum auch brauche. Ich habe hier beim rechten auch. Da habe ich auch 10 wieder reingeschmissen. Ja, das war es, glaube ich, sonst ein Kupfer auch. Kommt der? Kommt der? Ja, zwei Stellen habe ich jetzt auf dem Weg noch gesehen. Oh. Ich wollte denen den Baum auf den Kopf werfen, wenn die mich nicht... Ah, ich würde sagen, wir machen jetzt einmal erstmal alles durchschweißen. Ja. Einer ist weg. Wenigstens einer. Einer ist keiner. Jetzt ist, ähm, glaube ich, überall 10 drin. Ja. Vielleicht fahren wir jetzt auch ein bisschen 10 Kupfer haben wir ja da, aber 10 fehlt es halt zum Umspiel. Davon haben wir mehr als genug. Und es fehlt es an Kohle. Jetzt ja wieder. Leider gab es in dem Dungeon halt nur einen von diesen Kernen. Dann denkst du, du willst, können wir auch gleich noch die Dungeon da drüben machen. Dann holen wir uns diese Kärtenchen auch da. Ja, würde ich gerne machen. Ich mache ja gerade nur ein paar Kollegen hier weg. Die nerven mich. Aber ich habe einfach nie Ausdauer und ich vergesse auch jedes Mal meinen, meinen... Das Essen. Meinen super Schrei zu machen. Was auch. Essen braucht man echt auch. Das ist halt... Oh, Albert Scherker. Der Baum fällt immer vor mir weg. Okay. Ah, hier kommt noch so ein Kollege. Oh, guck mal, das Dörfchen, was wir so übernommen haben, sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn man so abends... Schnell nochmal ein Hallo an euch. Ich wundere mich jetzt, wo gerade der Troll hin ist. Der stand hier nämlich eben noch, oder hast du den kaputt gemockst? Nö. Oder ist der in deine Höhle zurück? Jetzt sind hier erstmal Steineschmeißer. Oh, das ist ein Brut. Der Zaun ist aber ganz blöd, so. Mensch, so, was ist denn das mit dem Zaun gemacht hier? Alles kaputt. Ja, nee, ist klar. Und nochmal ein besserer. Äh, Troll gefunden. Bist du bei mir? Wo bist du? Nachher ist ja bei dir unten gerade. Ja. Was kaputt nehme ich an, ne? Ja. Unten ist auch irgendwo eine Trollhöhle. Hast du Tragekraft eventuell? Äh, jein. Ich könnte Holz oder sowas rauswerfen, damit ich das Trollleder mitnehme, meinst du? Trollleder und hier ist der Zinnerz. Der Zinnerz kann ich zum Beispiel nicht mitnehmen, aber ich kann das da rauswerfen. Noch irgendwas? Ich weiß alles an, zehn aus dem Wagen. Ich habe es noch stehen in meinem Inventar. Volltrophäe brauchen wir nicht. Aber im Wagen ist nichts mehr drin. Points. Ja, muss das halt nur noch durchschmelzen. Ach, komm hier. Zack. Kohle ist halt jetzt gerade ein bisschen mangelnd. Kohle ist ein bisschen doof. Ich bin noch nicht am Gewichtslimit. Aber, äh. Ich gebe es mal auf. Gucken, was ich wegschmeiße. An den Plätze Limit. So, wo war denn jetzt die Trollhöhle? Ist nämlich hier nicht weit weg gewesen. Futsch damit. Damit sie zeugs. Okay. Das ist halt ultra schwer. 240 Kilo einfach nur. Ähm, hast du Karren dabei? Nein, nein, nein. So. Ich guck mal in die Trollhöhle rein. Wenn das der jetzt war, der da draußen tot liegt, dann kann ich die ja einfach looten. Jo, die ist unbewohnt jetzt. Was? Hier ist Stein drin, da ist Holz drin. Ah, zu viel. Gehtzinder, ich lass dich jetzt immer gehen. Der Wolli ist voll am Heulen. Der tut mir irgendwie voll leid, gerade so. Kommt doch wieder zurück. Hurra. Hurra, die Welt geht unter. Was, hurra, die Welt geht unter? Der Wolf sich. Hab mal vor die Trollhöhle das Kupfer hingeworfen. Ja. Als Markierung sozusagen. Wo es liegt. Also jetzt ist Nacht, wir können gerne schlafen, wenn ihr einmal... Ist der Amba noch? Ja, ich muss erst mal betraut. Im Bett kommen. Wieso kann ich hier nicht schlafen in dem Bett? Ja, weil, weil das Feuer. Hab ich doch. Hier draußen aber noch, aber nicht drin. Das war es erst mal an 10ern. Nee, hier ist das Bett in dem... Achso, in der kleinen Hütte. Ich reiß das mal ab. Achso, das ist ein altes Bett, das musst du schon... Ah, ich muss ein neues bauen. Ja, oder zumindest musst du es claimen. Das geht nicht, das ist ein vorgefertigtes Bett. Kann man nicht, ich hab mich grad gesehen. Da kann man einfach nichts mit machen. Dekobet sozusagen. Dass hier auch ein Dungeon ist, hast du mitgekriegt, Stone? Ja. Braucht der Wolf Futter? Ja, eigentlich schon, aber ich müsste dem... Ich kann... Ich hab' Fleisch reinlegen. Ich hab' kein Groß mehr, dann. Ich hab' alles gebraten. Ich hab' noch ein bisschen Groß. Fleisch da. Groß Fleisch hab' ich auch noch so zwei oder drei Stück. Ich kann sogar hier schlafen. Genauso wie ich das wollte. Der packt sich, glaub' ich, hier fest, oder? Nee, geht. Ausdauer, ausdauer, ausdauer. Ich fühle dich noch schlafen. Perfekt. Mit Aufstehen ist ein bisschen schwer. Was willst du schweinen jetzt von mir? Sollen wir mal kurz schlafen? Alle da? Ja, noch nicht. Ja, ich bin noch ein Stück weit weg. Gravy und ich müssen uns porten, bloß. Können wir auch machen, dann ist die ganze Probe immer durch. Übernacht. Ich hab' mein Bett auf Bett gebaut. Ich hab' keine Ausdauer und ich werd' auch noch angegriffen, dauernd hier. Ich kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, ja, lass die Zeit. Kein Stress. Oh, hier ist das Rollkopfdrehen. Mach hin, ey. Mann. Mein Gott. So, du kannst auch hier schlafen kommen, wenn du möchtest. Sekunde, ich mach' hier grad noch ein bisschen. Schlafen mit ihm, los. Du kannst um diese Zeit nicht schlafen? Oh, es wird grad Tag, oder was? Ja. Ah, es wird Tag, alles gut. Hat sich ja wieder gelöst. Das Problem. Und dann können wir dann um den Ladange machen? Mhm. Bin dabei. Ja, ich mach' auch gleich mit. Ja. Oder, ne, muss ich eigentlich nicht. Hier, nögerst du mit? Oh, willst du die Saat rein tun? Oh, Saat, 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 her damit. Schmass da rein, ich tue's. Saat. Oh, super, cool. Ich will noch ein paar Schmelzen hinstellen. Guck dich da rein, das glaub ich da rein. Das kann ich alles mit rübernehmen. Dex, da ist ein Dex. Da ist ein Dex. Da ist ein Dex. Direkt neben den Ofen ist eine Kiste, wo das ganze Zeug da reinkommt für den Ofen. Ja. Nehmen wir zwei Kisten erstellt. Alle zweite Kiste. Ja, ja, Dex. Direkt nicht neben den Holzofen, sondern neben der Schmelze. Ach so, okay. Mein Fehler. Ja, kein Problem. Ja, so ein paar Mörschen haben wir jetzt. Also zehn Mörschen können wir jetzt hier in ein paar Tagen hier lecker schmatzen. Das ist schon mal gut. Ich komm mich wieder zu. Boah, das wird reich. Dann sind wir definitiv durch hier. So weit bist du, Dex. Sag Bescheid, dann können wir los. Bescheid. Dann können wir los. Hast du alles repariert? Queen, gute Nacht. Ich bin alles repariert. Alles gut. Okay, dann. Alles perfekt. Gut ausgerüstet. Gerüchtet. Warsch. Gerüchtet. Jomoi, gerüchtet. Komm, ich hab über den Zaun springen. Geht nicht. Ein paar Gerüchen. Hey. Typ, das. Guck mal, dreh dich mal um. Guck dir das Gebiet mal an. So schön aus. Die Base, die ich gemacht habe, muss nur noch fertig werden. Das Dach da oben drauf. Aber voll hübsch, das Ganze. Finde ich sehr, 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 sehr nett. Oh, die kleinen Häuschen. So. In der Kiste ist jetzt halt mal ein bisschen was drin. Äh, Dex, äh. Sie haben eventuell den Karren hier oben verkehrt. Kann dann sein. Ich hab die gar nicht mitgenommen. All den Stuff der Porte. Ja, der ist kaputt gemacht worden. Aber so langsam könnte man hier das Segel setzen, oder? Ja, ja. Ach so, ich war im Wald. Du hast mir doch gesagt, hä? Ich sollte doch zum Turm gehen. Da bin ich zum Turm gegangen. Und das war hier. Ja, ja, aber ich dachte, du nimmst da doch den Karren mit. Ach so, der war ja gar nicht mehr da. Ich hab grad du jetzt den mitgenommen. Ich wusste nicht, dass das der Karren jetzt ist. Ja, Sekunde, ich lehre den Karren mal in den Karren aus. Pyro, gute Nacht, ihr auch. Du musst bloß der Dexen vorbeikommen. Ja. Für was denn? Ja, Säge setzen. Ja, sonst... Jetzt die Segel. Piss in die Segel nun. Ja, kurz dazten und dann Säge setzen. Ja. Weil, also wir haben zwar jetzt nicht alles an Bronze umgewandelt. Dafür fehlt uns jetzt wieder ein bisschen Kupfer. Aber du kannst schon eine ordentliche Masse mitnehmen jetzt. Du? Ach, da gibt's gar keine weg. Ja. Ich würde aber gerne da irgendjemanden noch mit an Bord haben wollen. Ja, die beiden. Ach so, ihr geht alle beide mit. Cool, okay. Machen wir ganz kurz das Dungeon noch fertig. Das ist ein schnelles Dungeon, denke ich mal. Die sind, wenn's halt so... Also, wir... Übrigens haben wir noch 15... Haben wir noch 15 Treuleder mitgebracht. Ja, super. Hier ist nichts mehr. Das ist... Der wirklich noch ein sehr, sehr... Wir kriegen das schon aus. Ja, sieht aus wie leer, ne? Ist nichts hier. Wenn das so einer ist, den ich hatte, dann habt ihr da eigentlich so einen Kern drin und das war's. Wir haben jetzt mal Räume. Wir machen Türen auf und da ist nichts drin. Ah, da hier. Hier ist ein Spawner. Ja, es gibt halt da auch so sehr mickrige. Ja, Steinchen sind hier ganz viele. Gut. Ist aber... Ist aber eigentlich auch okay dafür, dass es so viele gibt. Ich mach grad'n Foto. Ja, ich hab extra noch nicht aufgesammelt. Hier so, zack, zack. Was ist das? Arovin. Oh, das Schwert will ich haben, das Riesending hier. Oh, den Kahn hab ich mal ausgenommen. Das hab ich alles jetzt... ...in die Hauptstadt gebracht. Ah, der ist alle. Das was? Waffen, ne? Ja. Oh, hier ist doch noch irgendwas. Hörst du das nicht? Hier sind noch... Hier ist noch ein Herz drin, dem anderen noch zwei. Sagen wir es mal. Dann haben wir es ja erstmal. Ah, erstmal, ja. Auch fürs nächste Mal haben wir dann noch zwei Kupferstellen und gefühlt nochmal 500 Sinn. Boah, die Fackel hier im Gesicht die ganze Zeit in der Kamera. Wie viele Slots hat das Boot? Hier. Passt nicht. Müssen wir zehnmal da fahren. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf... ...fünf Stacks haben wir insgesamt von... Ja, wieso? Jeder Mensch ist ein Stack und dann sollte das alles machbar sein. Ja, wird schon. So, fährst du den Karren? Nein, warum? Also, wir haben jetzt fast zwei Stacks Bronze. Bereiten Sie mir den Weg. Mach ich gerade. Und man muss dazu berechnen, wir haben zehn Bronze auch verbraucht. Oh nein. Oh, das wird zu steil. Ja, lieber bergauf ist besser, als wenn man bergauf... Wie viel Sinn das nicht einfach ist. Äh, Schiffdrückendeckstern über die Unteretage. Ich mach das schon so. Wir können ja schon mal das Boot an sich beladen. Direkt überladen. Bleiben. Irgendwann? Alles ein bisschen schief hier, ne? Naja. Ja. Die Bronze ist einfach so schwer. Oh mein Gott, was im Weg. Das ist alles so schwer. Innen ist halt auch einfach mal massiv schwer. Sinn geht aber, finde ich noch. Oh Gott. Steigt ins Boot ein. Rums. Irgendwas explodiert hier. Tiefer gelegt. Ein, ein Stack, äh, Bronze ist schon mal drin. Sechs, die, die, das komische Zeug, also die Kerne, kannst du die dann hier lassen? Ja, Sekunde. Mein Gott, was ich mir hier, was ich hier vorangestellt habe. Alles schief und schnell. Aber hey! Kann man sich das also jetzt so vorstellen, wie das jetzt, äh, muss sich drauf fallen lassen. Ne, wie bei, äh, wie das Asterix im Oberlicht, wenn die die Steine plötzlich an Bord bekommen. Wusch! So ein Wagen und der ganze Schiff unter Wasser. Wieso war das bei mir? Ich bin eingestiegen auf einmal, hat's sehr viel Gewicht bekommen. Eigentlich, wenn sie es ausladen, dass er noch in der Luft schwebt. Ja. Und dann runterkriegt. Ähm, soll ich los, alles hier rein, ja? Guck mal hier, einfach erstmal hier rein, kannst du gleich selber. Oh, soll ich mitnehmen? Du tust hier in die Kiste, wo ich gerade vorstehe. Ich würde dir hier nämlich auch noch Meißler und alles herstellen. Die rechte da. Ja. Wartest du, okay, ist alles drin? So. So. Ciao. Ja. Bin weg. Ja, endlich Schiff fahren. Oh mein Gott. Oh, was ist mit dem Wolf eigentlich? Was ist denn hier? Ist doch schön. Keine Ahnung. Oh, die killen den, ja? Der ist doch eingezahlt, der kann ich doch nirgends so raus. Ja, aber die killen den, wenn die dann, wenn die den sehen, greift der dann an. Wie, was, wie, wie lenkt man? Ja, jetzt, jetzt folgt der mir beispielsweise. Aber wie lenkt man den denn? Indem du E drückst, dann sagst du, sagst du ihm, soll dir folgen. Okay. So, ganzen Steg hier rüber, 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 was kaputt. Ja, ja, und dann? Wie, wie, wie sagt ihr, dass du ihn angreifst oder sowas? Oder kann man das nicht? Glaub ich nicht. Die sind überschweine. Das Schiff wäre dann aber beladen. So, ich habe den Wolf jetzt hier hingesetzt. Der, der, der bleibt jetzt hier und verteidigt die Base. So, oh, ich freue mich. Jetzt geht es endlich auf hohe See. Aber darf ich ja nicht so hoch, weil... Der ist von sich aus aggro. Okay, der Wolf greift immer an. Okay. Du kannst ja mal ins Schiff reingucken. Welches Schiff? Das, was da unter Wasser liegt? Ja. Lieber gelegt. Wie greift man eigentlich auf das Menü zu vom Schiff? Da ist so eine Luke. Da ist so eine Luke, ja. Ah, habe ich noch gar nicht gesehen. Voll, voll. Oh, da ist noch. Hey, da fehlen noch. Ja, sechs Plätze sind noch frei gewesen. So, ein Stack-Sinn habe ich noch in der Tasche. Achso, da könnte ich auch was mitnehmen noch. Guck dich durch die Kiste durch. Was du denkst, was wir gebrauchen. Außer die Essenskiste, lass die mal befüllt. Ja, ja. Weil wir sind hier noch nicht fertig. Was machen wir mit Bernstein? Mitnehmen oder hier lassen? Kannst du mitnehmen. Also jetzt so Baumaterial wie Steinhulz würde ich jetzt nicht mitnehmen. Ich nehme mal hier Bernsteinperlen auch mit. Das ist so alles Zeugs, das wir... In der Kiste ist auch noch Bernstein drin. Ja. Äh, die Sulfur-Dinger, die nehme ich mal noch mit. Neh, ne, die kann Dex mitnehmen. Kann das Edelholz mal noch mit? Ja, das war auch noch über vom Mortalbau. Feuerstein kann ich auch mal noch mitnehmen. Ja, hier in der Essenskiste, Dex, sind dann noch die Karottensamen. Die ganzen Essenskisten? Wie ist das hier, die Essenskiste? Ja, beim Lagerfahrer. Ah. Lass sie, lass sie, lass sie, lass die Karottensamen da. Lass diese Karottensamen da. Ich werde hier auch noch was anlegen. Mach das, äh, auch hier müssen wir definitiv so eine kleine Barrikade drum bauen. Ja, es wird immer zu viel. Wir hatten ja auch letztes Mal super, super viele Probleme. Ja, spätestens wenn auch mal der Sulf kommt, dann siehst du das mal. Oh ja, ich kann wieder schön fahren, juhu. Also die Trauger sind schon recht ekelhaft gewesen. Dexer und guten Abend. Die halten gut aus und die haben irgendwie pro Schlag 50 Schaden gemacht. Es wackelt ziemlich, äh, ich glaub, die... Die Ketter. Warte mal so kurz, guck mal nach da, dahin, wo ich gerade gucke. Ja. Hey, über Bord! Das Reh da hinten, guck mal. Das schwimmt auf hoher See. Das ist... Das wollen wir mal Seefärtchen werden. Nehmen wir die Kerne noch mit oder lassen wir die da? Nee, die Kerne lassen die da, ich mach dann ein kleines Beet dort. Dann sind wir... Die Sulfo-Kerne, die Sulfo-Kerne können wir aber... Achso, die kann man zur Notporten. Die kann man zur Notporten, die drei Stunden. Na, Edmund, guten Abend. Ja gut, und... App, endlich wieder kochen. Möchtest du dich hinstellen oder möchtest du sitzen? Ich sitze, ich stehe hier so. Knobby, sobald du was zu essen zusammen hast, würde ich auch ein bisschen was nehmen. Du kannst ja auch ein bisschen was essen und abholen dann. Äh... Du weißt wo lang, Dix? Ja, ich muss grad auf die Karte gucken. Ja, ich mach grad Suppen. Deswegen, ich bin... Noch eine Suppe, kein Fleisch mehr und keine Marmelade mehr. Das war schon eine ganz schöne Strecke, die wir zurückgelegt haben. Okay, wir kannst hier entspannen. Das sind jetzt locker zehn Minuten. Yes!